Hallo Leute und herzlich willkommen bei Bartheim. Wir sehen dies wieder euer Gizmo. Willkommen zurück zu Uncharted Among These. Wir kämpfen uns einfach weiter. Immer weiter. Auch ohne Leiter. Ich bin jetzt alleine gestorben. Ähm, ja. Das war kein guter Sprung. Oh, mein Schatz. Ah, mein Schatz gefunden. Ich glaube, ich muss hierher, oder? Ah, hör auf zum Schackeln. Da um. Da um. Ja, hier, hier, hier. Hopp! 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 Okay. Da ist der Turm! was gibt auch keine mehr haha ich schaffe nicht immer knapp ich glaube ich habe was gesehen wirklich glaube ich aber nicht ich bin nämlich unsichtbar du gearscheißen so auf wiedersehen jetzt ein bisserl oben wo kommt der rede wert er kann nicht weit sein komm her nimm das du dreckiger Schiff du dreckiger Schiff die Frage wo muss ich hin ja ja da rüber hör mal hör mal hör da rüber ist ein Schatz oder so da rüber kommen soll ich da runterspringen bin ich tot hm na wo geht es mit der Longhans netzer gesprächig der mensch da rüber ja 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 Ich bin der Flachstuhl im Achtung, ich habe mich leider nicht Ich bin der Flachstuhl Ich bin der Flachstuhl Auf, auf um um help man ah put your dog oh Ohhh, hopp! Oh, ay, 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 oi, 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 oi! dann schießen sie hallo freundchen sie 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 ja klar betreffend ganz genau dahin ich glaube ich bin stirbt doch endlich die treffen mich obwohl ich keine ahnung wo denn oder wo ist da jemand die kriegt gleich eine touren da bin ich tot das ist ja wahnsinn die ganzen scheiß noch mal machen Verdammt, worauf schießen sie? Nein, die hat doch nicht oben springen, weil, um... Ach, ich will... Verdammt, worauf schießen sie? Stellung, halten! Verdammt! Scheiße, Achtung! Du kannst mich doch am Arsch lecken, oder? Ich komme gleich runter. Verdammt, worauf schießen sie? Stilung, Kälte! Feuer! Scheiße! Achtung! Mist! Ich krieg Zorn! Zorn, Leute! Zorn, Alter! Verdammt, worauf schießen sie? Zorn, Alter! Nimm' endlich weg! Ja, so einfach geht's. Oh Gott! Wo bist du denn? mehr ich warte nur auf dich muss ich hin wenn ich das wüsste nicht da runter wenn ich das ganze nochmal machen muss dann das ist doch jetzt ein scherz oder ich hab grad aggressionen gegen dieses spiel verdammt worauf schießen sie Stellung halten! Was willst du da, Alter? Ich kann da natürlich was gehen, Alter. Geh mal zu dem Baum da. Hallo Baum. Lass mich da hin sein. Ähm, ja. Wohin? Wohin? Was machst du? Puh. Weißt du, mach sie lächerlich. Auf da mit den Scheiß. Ich hab nichts gehört. Gar nichts. Das war nicht ich. Ich muss die Doni ausschalten. So geht das nicht. So. Entschuldigung. Hier, gleich geht es weiter. Oh, hier. Hier. So einfach geht's. Wenn mal Ostersport. Hier. Ich liebe Techno-Musik. Hier. OHH! Oh! Ist da jemand? Aber nein, das ist echt ein Problem! Oh! Haben wir überhaupt was drauf? Ja, ich hab gar nichts drauf! Nein, ich hab ja nichts drauf! Äh... Ah! Er ist hier drüben! Ah! Ihr Schweine hier! Ah! 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 also ja wie im krieg ja das sagst du schon die ganze zeit kuck kuck ja die weg ausgehen wo sind wir wo bis wir hin tun wir kennen uns nicht aus wir wollen nach haus ja auch vielleicht war ein vielleicht aber war junge wo muss ich hin glaube ich bin wettel sie zum offenen fenstler ja wie denn heute schon her ja 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 Schauen Sie sich, die Runde zu unterstützen. Er ist immer noch ein Doppelang. Wie ist das? Wir sind für alle die Lobby. gut, da komme ich nicht rüber, komme ich da rüber ok, du kannst bitte noch am wenn du jetzt wieder noch mal kämpfen musst ja zum Glück ja, ich muss am Fernseher wäden ja 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 Die Kette bringt mir rein gar nichts. Dann sitzt du am offenen Fenster. Das war nicht der Schaheer. Ja, ich weiß, das ist der Raum und der Boden. Du. Oh, ich kühle. Ah. Ich bin ein bisschen aggro. Jetzt hänge ich hier. Ich bin begeistert. Klettern Sie zum offenen Fenster. Ich werde dir ein offenes Fenster geben. Ich habe es geschafft. Ich habe mich ja hier rüber. Ach. Ja. Ja. So geht's. So geht's. So geht's ja auch. Wenn ich jetzt runterspringen werde ich ja tot. So will mich kennen. Ja. Wirklich? Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Komm ihnen einfach nicht in die Quere, okay? Wir sind ganz leer. Wir brauchen Verstärkung. Schickt Verstärkung. Oh oh. Verdammt. Sie sind alle tot. Diese Dinger haben sie zerfetzt. Sie sind alle... Ach du das, ihr Dinger. Ach du das, ihr Dinger. Ach du das, ihr Dinger. Pas passiert eine Nummer minus. Hust mich. Versucht ich. Bravo Nied. Bravo? Bravo, bravo, bravo! Ja. Nichts, wenn man abgesetzt, wo man hin muss. Gleich dich. Ähm. Guck jetzt da. Aufi, aufi, aufm Berg. Ich bin oben, ich bin oben. Arnold Messner in Rheinkultur. Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauch einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich hab euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambala? Wartet, Zoran, wir wissen... Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tod vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Rhaeg ist hier immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. Jetzt ist sowieso... So ein Arschloch. Ich... Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib... Du hier. Vielleicht findest du was raus. Gib mir den Dolch. Schöne Dame. Okay. Denk nach, Chloe, denk nach. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Gib mir den Dolch. Sie werden gleich wiederkommen. Chloe, zwing mich nicht, dir wie zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Tu mir eingefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Jojo, tat. Okay. Wonach suche ich? Tja, wonach wohl das? Das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Trotzdem werden wir das erst in der nächsten Folge erfahren. Danke, dass ihr dabei wart, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Gizmo. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020